Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und ähm... Ja, jetzt aber einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Terminator Resistance, der DLC Annihilation Line. Annihilation Line, so rum. Ähm, ja, jetzt sind wir in Burkisville, ähm, äh, Bakersfield angekommen, nicht Burkisville, das war Blair Witch. Äh, und, ähm, nun ja, dann schauen wir uns mal, wo der gute alte Kyle Reese uns hinführt. Ich hoffe... Was, 12 Uhr? Kann doch gar nicht sein. Ja, ich hoffe euch da draußen geht's soweit gut und wenn nicht, ihr wisst schon, dann seht zu, dass ihr das wieder ändert. Schau mal. Geh weg. Echt? Das nennst du einfach? Na gut. Okay, alles klar. Da sind wir gerade... Ja, okay. Okay. Machen wir. Ach, als ob. Das klappt nur im Film. Oder im Spiel. So, dann wollen wir uns mal... Ja, danke, danke, danke. Äh, mit Glück hat das nicht viel zu tun. Oh, ein Kistchen. Oh, da sind noch ein paar Ressourcen. Die können wir immer gut gebrauchen. Wie gesagt, ich hoffe euch da draußen geht's gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Ich weiß, das ist immer so leicht gesagt. Wen, wen es interessiert, mein Dad, geht's langsam mal wieder ein wenig besser, nachdem der Zustand bei ihm ja komplett kritisch war. Dank dieser wundervollen Pandemie. Rivers, I've noticed something. There's a Skynet-Antenna not far from your position. I think that HK is part of its surveillance. That's why it keeps popping up. Anything we can do about it? It's too dangerous. These types of facilities usually have their generators deep underground. First, you need a way to get down there. So you're saying I need a rope? I don't think you're hearing me, Rivers. But technically speaking, yeah, you need a rope. Oh. Ach, euch habe ich ja ganz übersehen. Das hat man davon, wenn man nicht aufpasst. So, jetzt erstmal schön wieder looten. Das können wir immer brauchen. Wir gehen weiter hier in die Richtung. Ach, ja. Ich mag dieses Spiel. Mist, rotes Fass. Warum explodiert das nicht? Ich will mich doch verarschen. Rotes Fass, was nicht explodiert. Hallo? Habt ihr sämtliche Spielregeln vergessen? Clear! Ich würde gerne vorgehen, Sir. Wir müssen sicher sein. Just be careful, Rivers. Dann kommen wir uns wieder ein klein wenig um. Holzressourcen, genau. Eine Kischt. Da war. Kann man alles brauchen. Alles meins. Oh, oh. Na klar hat er uns erfasst. Ach komm, hier. Granate, wofür haben wir die Dinger? Geh hoch. Na klar gucke ich mich um. Oder ich schaue mich um. Gucke mich um. Ach, ist ja was. Eines Rotflinti. Ja, jetzt können wir damit jetzt noch großartig was anfangen. Rucksack ist voll. Na klar ist mein Rucksack voll. Ja, wie soll es denn auch so anders sein hier? Kann ich hier nicht auch Sachen einfach so zerlegen? Ne, das geht dann immer nur an der Working Bench. Gucken, 75. Ja, da sind wir 70. Ja, knapp da drüber mit der Knifte hier. Aber auch nur, weil sie geupdatet ist. Okay. Meine Lieben ist da noch nicht ganz oben, oder? Jetzt. Jetzt sieht meine Lebensenergie wieder ganz gut aus. Dann schauen wir uns mal auf. Notizbuch. Verschlüsselte Nachrichten. Nummer 1. Onkel Bob. Warte mal. Onkel Bob? Meinst du den Terminator? Egal. Onkel Bob kommt morgen am Mittwoch vorbei. Um uns zum großen Spiel mitzunehmen. Die Tickets müssen im Büro am Ende der Straße abgeholt werden. Achte aber auf das Polizeiauto, das draußen geparkt ist. Bobs Auto ist klein. Also nimm nur das Nötigste mit. Nur eine Tasche. Letzte Chance, ein Spiel zu sehen, bevor die Season endet. Ich habe eine Note über der Erwärtsplanung gefunden. Einen bin ich. Okay, ich finde ein Seil. Finde Evakuierungspunkt. Da waren wir schon drin. Oh, oh. Oh, Flammenwerfer. Der spinnt doch. Kommt der? Kommt der zu einer Schießerei mit dem Flammenwerfer? Ey, ich glaube der. Der spinnt doch. Ist der verrückt? Nein. Ich will nicht sterben. Nein. Sage mal. Das sind zwei. Die sind doch bekloppt. Da kann sich doch jemand verletzen. Ich glaube es hackt hier. Alter. Also. Kann sich doch jemand verletzen, wenn man hier mit einem Flammenwerfer rumflammt. Also echt. So, warte mal. Ein kleiner Shop. Was finden wir in einem kleinen Shop? Natürlich einen Erste-Hilfe-Kasten. Nimmst Energie kann ich. Ach, die war schon voll, wa? Dietrich, Mittel. Zu doof dafür. Alles klar. Das ist die Story of my life. Zu doof für alles. Wir können ja mal gucken, habe ich. Ne, Fertigkeitspunkte habe ich nicht, um da ranzukommen. Das ist schlecht. Das ist äußerst schlecht. Gut, dann gehen wir erstmal hier zu den anderen Spot. Äh, hier lang. Das ist ein Platz, die in der Note bezeichnet. Proceed mit Kaution. Ja, ja. Sie ist recht. Stimmt, haben die Terminator nicht teilweise auch mit solchen verstellten Stimmen versucht, uns zu verarschen. War da nicht mal was? Das ist ein Trap. Oh. Ab ihn. Eine Falle. Gerade dem sah ich es noch, hä? Oh. Rucksack ist voll. Warte, 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 warte. Das können wir doch bestimmt gleich ändern. Ähm. Ne, wir machen es anders. Das ist doch die Knifte, die der Terminator im... ...ersten Film hatte. Unser Arnie Schwarzenegger. Das ist doch die, oder? Ähm. Warte mal. Das ist doch die. Ja, klar ist das die. Guck. Wie die das auch ist. Ähm. Äh, warte mal, warte mal. Munitionen haben wir noch genug. Leider unsere Herstellungskills sind jetzt nicht ganz so gut, aber... Stellen erstmal ein paar Granaten her. Die können wir immer brauchen. Mad Kids, äh, sollten wir mal ein paar herstellen. Alles klar. Munitionen. Nehmen wir auch. Die Triche haben wir genug. Die Triche haben wir genug. Gut. Na. Geh auf, du Tier. Äh. Wir müssen da rein, weil da gibt's doch bestimmt das Seil. Mal, hier ist der Polizeiwagen. Vor dem sollte man sich in Acht nehmen. So, irgendwo das Seil sein. Talien. Hm. Oh. Was ist das? Stoffe? Können wir mit den Stoffen vielleicht ein Seil herstellen. Aber da hinten kommen wir nicht rein, weil ich bin noch zu blöd, um Schlösser zu knacken. Und die Erfahrungspunkte reichen leider auch noch nicht. Ah. Ja gut, muss halt... Oh. Musset halt ohne. Warten wir erstmal hier lang. Oh, oh. Da haben doch welche was mitgekriegt. Au, au, au. Aui. Aui. Die schießen auf mich. Die sind noch beknackt. Oder vielleicht bin ich nur beknackt, dass ich glaube, ich könnte es mit einer Armee Terminator aufnehmen. Ja, hat nicht wirklich viel gebracht, wa? Ja, warum auch? Ey, ey. Lass uns mal auf hier. Ach. Ach. Ach, du Scheiße. Ach. Warte mal, ich hab doch, äh... Na. Ich hab da hier. Ich hab da. Da war. Der geilste Schaufschützer jemals. Mit der Knechte geht's ganz gut. Gut. Okay. Äh, hast du gedacht, wa? Hihi. Hast du gedacht, dass ihr das so leicht schafft? Na. Und so. Oh, was? Wie wär? Ach, da. Komm. Kriegt man doch so weg. Ah. Na, komm. Geht doch. So, was haben wir denn hier? Hä? Spring. Ah, zum Heilen. Das sollten wir mal machen. Das machen wir gleich nochmal. Sonst werden wir hier gleich wieder weggepustet. Und, äh, da hat doch keine Lust drauf. Stopp. Stimmt gar nicht. Ich bin absichtlich. Ziele. Zwei Stück. Geht noch. Genau. Genau, das sollten wir machen. Nein? So. Ich glaube, mit den Scharfschützengewehren sind wir echt ganz, 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 ganz gut aufgestellt. Ah, ein Seil. Das mag. Wow. Sag ich es wieder. Ist das nicht das, was wir schon haben? Äh, ja. Das haben wir schon. Noch was her. Den Körper kann man nie genug haben. Aha. Guck mal. Aha. Okay. Wir können also mittlerweile auch schon wieder die bessere Munition herstellen. Das ist schon mal ganz nice. Ach. Ach. Ach, dieses Haus-Symbol ist hier für Dingens, ähm. Na, sag schon, äh, für Speicherpunkt. Oder Speichermöglichkeit. Ka-ka-ka-ka-kite. In die Nüsse. Oh. Oh. Spinnt der da? Alter Schalterverwalter Schießt der einfach auf mich Jetzt kann er ins Ohr gehen Ja, 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 machen wir Mal gucken, ob hier irgendwie was ist, was uns weiterhilft Wieder mal vorschreiben, hat es ja keine Mietezeit Na ja Medikett können wir immer brauchen Mal kichten Alles mitnehmen, alles looten Immer looten, looten, looten Man weiß nie, wann man es braucht Warte mal, bleib hoch Wieder eine Kiste, okay Trinkstoff Oh, mal kurz schiffen Man weiß ja nie Ja klar, was findet man auf Toiletten Ersthelferkasten, wie immer Das ist Tradition Oh Aber Aber Wir müssen noch eins hoch Ja, wir müssen hier auch mal ein paar Sachen herstellen Kampfstimulanz Verschiedene Stimulanzien können deine Geschwindigkeit, deine Robustheit oder deine Reflexe kurzzeitig verbessern Um Kampfstimulanzien zu verwenden, weise dem Förder... Ja, ja In Slot zu weisen Alles klar, wir kennen das Eine Notiz Verschlüsselte Nachricht Nummer 2 Deine Lieblingsband Er spielt diesen Mittwoch Und Onkel Bob Hat gesagt, er wird uns mitnehmen Tickets wurden im Büro am Ende der Straße hinterlegt Warte nicht an der Bank gegenüber Sonst verpassen wir dich Der Veranstalter erlaubt das Mitbringen von nur einer Tasche Das ist der letzte Auftritt Bei dieser Tour Also lasst dir diese Chance nicht entgehen Alles klar Komma Jetzt Alles klar Wir gucken trotzdem hier erstmal Ja, ja, machen wir Ach, wie stimmungsvoll das doch ist Ah, ein Greenscreen Okay, alles klar Jetzt haben wir alles gesehen Gott, jetzt kann die Karriere losgehen Warte mal Warte mal, was denn? Wo denn? Auf den Kopf Noch einer Ja, fallt über euch selber Oh Oh Ich hasse es, wenn die Knippe gerade leer ist Ja, da, 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 da Zum Glück sind die nicht gerade die Älsten Na Äh, 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 nein Ein Rucksack ist natürlich voll So Warte mal, aber jetzt haben wir einen Fertigkeiten-Punkt Und den sollten wir auch nutzen Vielleicht Ein größerer Rucksack Ja, besser ist das Wie viel Platz hat Naja, ein bisschen mehr ist es Zeige mal Das ist doch hier 75 75 Ja, komm Das ist dann schon so Okay Gut, alles klar Wir müssen wieder runter, ne Uh-huh Uh-huh dann hier rum, Larum und wo denn? wo? überall au sind wir verarschen? was war denn das? ach das sind die kleinen Viecher ja stimmt, wenn du die nicht abballerst dann kriegst du erstmal richtig schön mit der krummen Kelle alter was zum Glück sind das noch die alten Modelle Mist ah hör auf hör auf hier zu piepen na ja aber auch gerade so ok du auch du wirst auch gelootet du wirst sowas von gelootet äh nein wa oh verdammt der Axt scheiße äh ähm das lief jetzt semi optimal na gut oh da oben ist ein ah geschützturm alles klar kannst du haben ja oh 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 ich Idiot die Entdeckung man ah dann ja der trifft natürlich ja erst mal heili heili machen äh ich hab ne Taschenlampe seit wann hab ich ne Taschenlampe ok alles klar gut zu wissen ja klar jetzt nachladen ja ist klar natürlich gerade wenn's wichtig ist muss nachgeladen werden erwischt oh die sind sie gleich beide los na äh ähm lassen wir's immer kommen na hier war doch irgendwo noch erwischt so warte mal der nimmt mich doch noch irgendein aufs Korn hinten hör mal willst du mich verarschen ich hab doch genau auf den Schädel gehalten jetzt aber na na tja so und oh oh ja auf zu treffen hier also mich na komm oh ja klar nachladen da jetzt jetzt aber hier noch mal heilung ecken ein was fähigkeit zu niedrig ja kommt euch heute sind wir noch mehr hier treibt sie aber ganz schön mit den dingern er kommt kommt reicht das jetzt mal jetzt aber hier mal aber die antenne kommen wir da nicht auch rein ja wir kommen da auch rein mission aktualisiert wir können hier runter wir können auch wieder hoch aber ich würde sagen in der untergrundbasis machen wir in der nächsten folge weiter und wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like oder ein abo da schreibt einen kommentar das hilft mir sehr aber hauptsache ihr schaut das video bis zum nächsten mal euer scottie